Das nächste Lied heißt Mein Singen. Da muss ich die E-Gitarre Stimmen wahrscheinlich was sehen. Also, Mein Stimmen. Okay, also Klangrhythmus ist etwas, das er auch braucht. Also der Rhythmus, das Herzen sowieso, aber auch der Klang, die Musik an sich wohl auch ein Geschenk, das es sich selbst geben kann, ist das. Also dazu habe ich dann dieses Lied geschrieben. Wenn ich den Rücken und schwöre, fühle ich mich schon wieder einmal. Wenn ich den Rhythmus spüre, fühle ich mich schon wieder einmal. Und dann durch die Sprache, fühle ich mich schon wieder einmal. Wenn Dinge hörbar werden, fühle ich mich schon wieder einmal. Ich tanze mit meinen Gebärten, so fühle ich mich ein Leben. Ich brauch dich wie ein Satz, zwei Uhr. Bist meine Nahrung, ich verlang nach dir so. Ich brauch dich als ein Lippen, das mir Freunde schenkt. Ich brauch dich wie einen Freund, der an mich denkt. Ich brauch dich als ein Lippen, der an mich denkt. Ich brauch dich als ein Lippen, der an mich denkt. Fühl ich mich am Leben Dadurch bist du, fühl ich mich am Leben Wenn du immer hörst, fühl ich mich am Leben Tanzen, ich freu den Pferden Ja, jetzt fühl ich mich am Leben Ich frag dich wie dein Satz Hallo, du bist von der Nahrung Ich frag mein Nacht jetzt so Ist, aber schön, dass mir Freude entschenkt Ist, wie der Freund, der an mich denkt Und mein Singen ist zu einem Menschen Denn so fliegt ein Mensch Die Melodie, wie sie erklingen Denn zu piepsen ist wie bei einem Ball Wie bei einem Wo er schwirrt, wo der Kohl Bei einer Feldbrust, beim Sternring Mit einem Pärschweinschuh, dein Liegel Bei einem Titus War einer Meister Bei einem Penari-Fugel Guck die Händchen Guck die Händchen Guck die Händchen Guck die Tür scharnieren Ja, in dem Ball Guck die Händchen Das nächste Bild ist am Herrn Spen. Finally heißt das Lied dazu und entstanden ist es in Irland vor vielen Jahren, als ich dort vom Haus gesessen habe und da holt mich immer das schlechte Wetter ein. Aber an dem Tag war es am Anfang schönes Wetter, der Wind kam so langsam und hat die Wolken hergebracht und bis es dann geregnet hat, war das Lied zärtlich und jetzt bitte ich das mal zum Malen. Das ist ein bisschen, wenn ich das mal zum Malen bin. Ich bin der Fall. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020